Das ist mein Abschiedsbrief, und ich, an die ganze Zeit, als ich es verlebt habe, was du durchgemacht hast, ich denke nicht. Ich hab gedacht, dass alles besser wird, gedacht, dass wir uns nie verlieren. Und jetzt sitz ich hier, schreib Tränen auf Papier, ich hab dir oft gezeigt, dass ich innerlich kein Herz hab. Ist dir eigentlich klar, wie du mich innerlich zerstört hast? Unsere Geschichte ist nach all den Jahren schon verstaubt, doch ich sitz hier in der Hand und ich pack sie wieder aus. Ich laupe jede Nacht bei Kapitel 13, gesagt, dass du mir Halt gibst und ich anschließend gefallen, wenn ich hab 200.000 Freunde, doch keiner ist hier echt. Sag, wer davon ist hier, wenn du innerlich verreckst? Und ich schwör, ich vertraue keiner, jeden Tag, jede Nacht und ich laufe weiter, laufe weiter, bis ans Ende dieser Welt. Und ich schwöre, wenn ich falle, ist hier keiner, der mich hält. Ich hab gesehen, du hast schon neue Typen, ist ja auch okay, wie konnte ich nur grad denken, dass ich dir gerade fehl? Jeden Abend hab ich nachgedacht, wie soll das mit uns weitergehen, auch wenn alles...